Ja, hallo, ich bin euer Thunderhawk. Ich möchte mal ein bisschen darüber sprechen, was bei mir oftmals jetzt bei Facebook, Twitter und Instagram so in die Timeline reinfliegt. Werbung. Mittlerweile ist das in erster Linie Werbung für irgendwelche Essenssachen, Zusatzergänzungsstoffe, Gewürze oder sonst irgendwas von Kram, wo ich dann sage, Leute, lasst es. Gut, ihr könnt es nicht steuern, wer die Werbung alles zu sehen bekommt, wenn ihr die Anzeigen schaltet. Nur ganz ehrlich, was ich da für ein Rotz sehe, es kotzt mich an. Das hängt erstmal damit an, dass mittlerweile fünf oder sechs Anbieter mir Algenöl anbieten. Ihr Algenöl ist das Beste, ihr Algenöl schmeckt nicht nach Fisch, ihr Algenöl tut die Tote wieder zum Gehen bringen. So sind zumindest fast die Versprechen, die man dabei hört. Und wenn ich dann noch da sehe, was da für Kommentare gepostet werden, ja, die gehen genau in dieselbe Richtung. Ich habe jetzt seit zwei Wochen Algenöl genommen. Ich konnte vorher nur noch mit dem Fuß rumpeln. Auf einmal laufe ich einen halben Marathon. Sorry, Algenöl ist grundsätzlich gesund. Ja, aber mal ganz ehrlich, warum sollte ich eure überteuerten Produkte kaufen? Was ihr letzten Endes nur macht, ist reines Marketing. Ihr verkauft kein gutes Produkt für einen super Kurs. Ihr verkauft nicht irgendwo was Besonderes. Ihr tut im Prinzip euer Produkt, was nicht besser als alle anderen Algenöle ist, auf eine andere Stufe zu heben. Funktioniert so nicht. Guck jetzt doch bitte ein bisschen besser, oder? Ja, das Ganze geht ja natürlich noch weiter mit den ganzen Gewürzen. Allen voran Poor Spice. Poor Spice, muss man sich vorstellen, war bei Fox in der Hyäne der Löwen. Sorry, Hülle der Löwen. Was für mich grundsätzlich schon mal ist, dass ich dann sage, Scheißprodukt. Weil, sind wir doch mal ganz ehrlich, auch wenn viele von dieser Sendung so einiges halten, ja, die meisten Sachen, die kommen in die Supermärkte oder in die Läden dann rein, oxidieren da so ein halbes, dreiviertel Jahr vor sich rum und werden dann für ein Drittel des Preises verkauft. Spricht nicht gerade für das, was da alles so an Produkten rüberkommt. Letzten Endes, gerade da wird es hier jetzt richtig lächerlich. Ich nehme irgendwelche Flüssigkeiten, tue dort die Gewürze mit einbinden, damit ich sie in Anführungszeichen besser dosieren kann und erzähle den Leuten, das ist eine geile Nummer. Was ich noch schlimmer finde? Ein Sternekoch aus dem Nürnberger Raum, der laufend in irgendwelchen Sendungen auftaucht, macht da auch noch fleißig mit. Sorry, bitte, lass doch so eine Scheiß hast du nicht nötig. Insgesamt, wenn ich irgendwas würzen will, wenn ich Knoblauch dran haben will, nehme ich einen Knoblauch, tue ihn mir klein pressen, tue ihn mir klein hacken und tue es ans Essen dran. Da brauche ich nicht irgendwelche drei Tröpfchen da dran zu machen, die mit was auch immer irgendwo was zugesetzt ist. Sorry, das hat für mich nichts mit vernünftigen Ernähren zu tun, das ist für mich einfach nur dilettantischer Blödsinn, was da verzapft wird. Noch lustiger ist es, wenn dann irgendwelche Kontore kommen und ihre wilden Mischungen da verkauft. Gut, ich kann die Nummer auch wieder verstehen. Es gab da ja vor etlicher Zeiten mal so einen Anbieter, der hat ja dann auch so kräftig einen gemacht von wegen Barbecue-Gewürze, dies, das, jenes, Ankerkraut oder wie er hieß, der ja mittlerweile auch an einen der riesengroßen Konzerne verkauft worden ist. Der hat damit Heiden-Umsätze gemacht. Nur, Leute, wenn wir alle nur noch irgendwelche Mischungen daran machen, dann können wir auch gleich bei Maggi und Knorr bleiben, weil das ist nämlich letzten Endes nichts anderes. Außer, dass die noch messen, weil sie an Chemie wahrscheinlich noch hinten mit reinsetzen, damit das Essen überhaupt irgendwie so ist, wie man es sich vorstellen tut. Und können daran weiter nuckeln. Mit wirklich selber kochen hat das dann nichts mehr für mich zu tun, weil letzten Endes ist jeder kleine Radatsch irgendwo gleich schmeckt. Außerdem, Essen lebt davon, dass man eben mal sich mal irgendwo vergreift, dass man meinetwegen, weil man jetzt gerade keinen schwarzen Pfeffer hat, weißen Pfeffer, bunten Pfeffer oder irgendwas anderes scharfes dran macht und dass das Essen halt eben dieses eine Mal einen kleinen Tickchen anders schmeckt, als wie es beim letzten Mal oder beim nächsten Mal schmecken wird. Also, ich weiß nicht, was das mit diesen Gewürzen soll. Das ist irgendwie, wie da auch wieder so ein Trennteller gesetzt wird. Also, ich sage mal so, ich habe bei mir zu Hause keine Gewürzmischung irgendwo stehen. Das Einzige, was ich habe, ist ein Pommes-Gewürz und das habe ich mir aus ein bisschen Currypulver, ein bisschen Paprikapulver, etwas Zwiebelpulver und Salz selber gemacht. Das waren irgendwelche Reste, die habe ich einfach mal zusammengekippt, durchgerührt und habe die dann im Streuer reingemacht. Und wenn ich mal irgendwo jetzt auf die Idee komme und mache mir selber eine Ofenpommes, weil ich nehme ja auch nicht diese 0815 unbedingt aus der Tiefkühltruhe, sondern Pommes, schon ein bisschen ungleichmäßig geschnitten, bisschen Öl drüber geträufelt, ab aufs Backblech, eine halbe Stunde im Backofen verschwinden lassen, hast du leckere Pommes. Da nochmal mit dem Salz noch ein bisschen schön drüber gegangen, 1a. Da brauchst du dir nicht irgendwelche Mischungen dahin zu kaufen. Da kannst du auch genauso gut deine Reste irgendwo verwerten, die du zu Hause in der Küche hast. Ist wahrscheinlich eher billiger und dann wahrscheinlich auch besser, weil du ganz genau weißt, was du in deiner Mischung drinne hast. Ja, und dann geht das ganze Jahr noch weiter. Man will dir ja immer so schön empfehlen, gesundes Essen. Ja, und dann kommt dann diese Diskussion. Fertigfutter und ich habe ja was viel Geileres am Programm und kann dir was wesentlich Tolleres liefern. Ja, ich habe die Diskussion vor kurzem mit einem Anbieter gehabt. Und zwar, da ging es genau um diesen Punkt. Seine Werbemasche war so gewesen, ich nehme ein bisschen Gemüse und dann mache ich da noch irgendwie aus Getreide, ein bisschen Saaten und sonst irgendwas. Tue ich irgendwie ein bisschen anmischen und mache da irgendwo was nochmal rein, damit ich noch irgendwo was mit ein bisschen Geschmack und bisschen Fülle und so weiter mit dabei habe. Und das ganze tue ich tiefkühlen. Dann kannst du es zu Hause nehmen, machst ein Beutelchen auf, so wie bei jeder anderen Tiefkühlmahlzeit auch. Nimmst das Zeug, machst es in der Pfanne, machst ein bisschen Wasser dabei, machst oder vielleicht ein bisschen Fett, je nachdem, wie die Rezeptur ist. Brätst das einmal kräftig durch und hast dann eine fertige Mahlzeit. Ja, wenn da derjenige dann noch auf mir kommt und will dann sagen, ich bin besser als Fertigmahlzeiten. Sorry, das, was du da verkaufst, ist auch nichts anderes als eine Fertigmahlzeit. Es ist nicht wirklich besser. Und letzten Endes, wenn man mal ganz ehrlich ist, für eine einfache Mahlzeit, da kann ich mir genauso gut immer noch eine Paprika nehmen, tu ein bisschen Zwiebeln mir klein schneiden, tu mir noch irgendwas anderes aus meinem Gemüsekorb nehmen, brate das zusammen an und tu mir ein schönes Ei darunter hauen und durchziehen und schön mit Kreuzern und Gewürzen abgeschmeckt, habe ich was deutlich besseres, wahrscheinlich noch auf dem Teller, als das, was du mir da verkaufen möchtest, wird ein teures Geld. Also, äh, ich weiß nicht, was sich ja so manche eigentlich denken, äh, ja, Startupsgründen, geile Nummer, ist eine tolle Show, da haben auch viele irgendwo Erfolg damit gehabt, mit der ganzen Geschichte. Unbestritten, kann ich alles verstehen. Aber, äh, sorry, übertreibt doch bitte nicht so, als wenn ihr jetzt irgendwo, äh, äh, das Rad neu erfunden habt oder sonst irgendetwas. Nein, habt ihr nicht, werdet ihr nicht. Was ihr letzten Endes macht, ist nur irgendwo, dass ihr wahrscheinlich irgendwas Bekanntes ein bisschen anders anordnet, dass ihr durch Zufall irgendwo draufgekommen seid, Ach, wenn ich, äh, Produkt A und Produkt B ein bisschen vermische und dann irgendwo was, äh, damit mache, dass dann irgendwas Schmackhaftes daraus wird. Ja, äh, sorry, hat es dann überall an allen Ecken schon gegeben. Wahrscheinlich hat es dasselbe Produkt vor zig Jahren schon mal gegeben, äh, wurde aber dann nur unter einen anderen Namen verkauft oder stammt aus irgendeiner anderen regionalen Küche oder sonst irgendetwas. Also, äh, es ist nicht so, dass hier irgendwo angefangen wird und es wird überall, äh, alles irgendwo was neu erfunden. Äh, nein, so ist es leider nicht. Also, von daher, äh, bitte, paar Hausnummern kleiner. Äh, und ganz ehrlich, wenn ich euch, äh, Lachsmilies in der Lache, ich lache euch nicht an, ich lache eigentlich nur aus. Äh, zum Schluss, ich möchte noch ein bisschen was an, äh, anderes loswerden, wo ich nämlich gerade mal über Werbung lästere. Was mich natürlich jetzt auch in letzter Zeit immer häufiger, äh, in meinen Profilen erreicht, ist, dass dann gleich irgendwelche Anfragen ins Profil reingepostet werden, äh, von wegen, wie geil doch mein Profil ist, wie geil doch meine Homepage ist und dass das, was ich mache, ja alles toll ist und dass sie irgendjemanden hätten, äh, der bei mir gerne werben würde. Punkt eins, es gibt auf meiner Homepage zum Thema Werbung eine riesengroße Abhandlung, was ich nicht mache. Und das ist wahrscheinlich so 98% der Sachen. Punkt zwei, äh, wenn, kann man sich auch richtig an mich wenden und nicht einfach irgend so ein Rotz im Profil hinterlassen. Sorry, da erfolgt automatisch immer bei mir gleich die Löschung und ihr werdet gesperrt. Äh, da kann man sich auch auf dem richtigen Weg mit der E-Mail an mich wenden, mir konkret sagen, was für ein Produkt ich bewerben soll, äh, damit man sich sofort seine Absage beholt. Und, also, bitte lasst es, es hat keinen Zweck, auf diesem Weg bitte nicht und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn, äh, 98, 99% der Sachen kommt das sowieso nicht in Frage. So, das soll es dann für heute mal gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Am Wochenende kommt noch ein neuer Bericht aus der Reihe On Tour raus. Äh, da wird es dann gehen um den, äh, Abtaroda-Bär. Da werde ich euch mal da ein bisschen was zeigen und die Totenkirche von Abtarode. Äh, seid gespannt und viel Spaß. Wonka zu haben, oder? Bis zum nächsten Mal.